Komm ab in die andere Röhre Okay Perfekto Nein Und hi Perfekt Und zack Okay, machen wir direkt einmal Hals in einem Rutsch So, okay, jetzt müssen wir wieder einen halben Tag laufen Oh, ist das ein Korridor, ey Physical Physical Geil Der war fett, ne? Der war richtig geil Was ist hier los? Warum ist der Bowsers Bild? Okay Holy shit Ähm Hä? Was? Ich versteh's nicht Wieso geht's denn weiter? Ich rat's wirklich nicht, sorry Hä? Jetzt kommt hier der richtige Bows oder was? Ja? Hahaha Er ist tot Und Da ist auch die Prinzessin Deswegen dachte ich wahrscheinlich, das Spiel ist zu Ende Aber es ist noch nicht zu Ende Und ich werde sogar groß Mein Gott, da bin ich hier jetzt erstmal schön, ne? Verräumen und so Ja Los geht's, komm Mach den Vorhang zu Wir haben es aber noch nicht geschafft Nee Glaube ich nicht Aber ich bin deswegen davon ausgegangen, dass ich es geschafft habe Danke Mario Das Königreich ist gerettet Und jetzt versuch eine schwierige Request Wie, jetzt ernsthaft? Habe ich das doch geschafft? Ja, äh Machen wir safe und continue, ne? Dann bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert 9,1 Ja, sag ich doch Geht weiter Didi, didi Bär, bär, bär Wank, wank Ich hab's jetzt direkt eine Warpzone Oder was? Ja, okay Uiuiui Okay Ich sag doch, es geht weiter Also eigentlich haben wir es jetzt zwar vom Prinzip her offensichtlich geschafft Und das sind jetzt hier irgendwie Add-ons Und man kann die komischerweise nicht aktivieren Was ist das für ein komisches Level? Naja, ein bisschen Angst, ne? Wir wollen ja keinen Labyrinth-Scheiß haben Ich jetzt schon Wo ist es hier immer so ein roll call für alle gegner die sie gibt das hammer bruder gleich das gleiche level doch mal nur ohne wasser viel spaß Ja, wir sind am ende angelangt Das war mal ein geschildes level Wie leben, warum kann ich jetzt leben? Ich kann ich leben wenn ich da ganz oben bin Oder warum habe ich es jetzt bekommen? Ich verstehe es nicht Gibt es ja noch mal mehr als acht welten ich dachte jetzt gehen die buchstaben los Und schon wieder unter wasser Weil der nervt schon so ein bisschen Wenn ich da mal irgendwo warten muss dann schmeißt er so ein rotes teil auf meine hirse Natürlich recht uncool Oder so eine scheiße Der hätte mich natürlich auch der unteren hälfte des levels gefangen So ein bisschen Auch wenigstens kann ich einsammeln Wenigstens ein kleiner trost Dankeschön Okay, ich begreife den level hier immer noch nicht so ganz, ne? Jetzt kriege ich kein Leben, warum nicht? Warum nicht? Ich habe es nicht bei den level einfach mal in dem zwölftel der zeitgeschöpft Die ich jetzt gerade in dem anderen kacklevel verbracht habe Ah Bowser Ich raff es nicht Hey, ich bin überfordert Wollen wir mal die Schlossmusik Was sind das für komische Level? Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Die sind echt merkwürdig An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern Ich dachte, das gehe ich so mit A weiter oder so A1 Ah, guck mal, hier haben wir ein bisschen Hier haben wir ein bisschen Bonus Das war ja ein richtig geiler Bonus Huiuiui Ich bin ja froh, dass ich den jetzt geholt habe Moment, warte mal Guck mal, haben wir hier so Huiuiuiuiui Keine Ahnung, ob hier irgendwas ist, was mich interessieren könnte Ich verstehe es leider nicht Ups, ich habe die Fahne übersprungen Entschuldigung Okay, aber was ist das für eine komische Welt? Das ist hier so, als hätte irgendjemand geraucht vorher. Und zwar keine Zigaretten. Die sind ganz komisch, die Welten. Ich find's echt in Ordnung, aber... 9-4? Das ist ein tolles Schluss. Und es ist einfach so, irgendwelche Levels... Das sind jetzt vielleicht wirklich Lost Levels. Weil, äh... Steht da was? Piu... Da steht irgendwas auf asiatisch wahrscheinlich, ne? Kann das sein? Steht Mario, oder Thank you for playing, oder so. Also irgendwas stand auf jeden Fall. Na, konntest jemand lesen von euch? Okay, die neunte Welt war wirklich komisch. Also wirklich sehr merkwürdig. Ich glaub, ich werd euch auch nicht gut... Ah, eins! Sag ich doch. Piu... Ich weiß, ich spiele es von vorn los. Ich hab da noch nicht so ganz begriffen, ne? Ich glaub nämlich nicht. Oder? Das sieht für mich jetzt nicht so aus. Die Schildgröße sind zwar deutlich schneller. Aber? So, nur meine... Okay, das ist... Ich glaub nicht, dass im ersten Level schon hier... Komm, gib mir irgendwo mal nen verfickten Pils. Na gut. Der Speed geraucht hier, ey. Speed raucht man doch nicht, Dennis. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ui! Hi! Fuck! Okay, Welt A geht wieder doch ein bisschen mehr in die Folge. Scheiße! Na komm jetzt. Mekmikmo. Piuuums! Okay, was geht mit dem ab? Das weiß ich noch nicht so genau. Ja, gut Ich habe gehofft, ich komme dann vielleicht irgendwie außerhalb der Hitze und an den Arsch vorbei Weil da oben ist bestimmt irgendwas Tolles für mich Oh, bin ich geil Meine Oh, scheiße Ich hatte mich vergessen Ja, gut, dann war es das wieder mit dem Pils Oh ja Himmel, Arsch Okay, ich achte nur auf das, was rechts steht Okay Puh Okay, da komme ich nicht rein Ich muss die Münze einfach gerade mal Münzen sein lassen Kein Pilz, okay Ja Ey, ist das nicht dein Ernst, oder? Nein Ah, habe ich einen Mittelspeicher gefunden? Das wäre nicht Das ist kein Mittelspeicher, habe ich nicht Ah, ne, ich musste das, äh, das Pilzchen holen, natürlich Ja, damit, komm her, 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 Dankeschön Lüsen Okay Äh, okay Alles cool Alles geregelt So, aber ich überlege mir gerade, so eine Feuerblume wäre natürlich jetzt nicht so verkehrt, ne? Da sehe ich in der Hoffnung, dass da oben vielleicht irgendwo was drin sein könnte, was mich interessiert Joa, zum Beispiel, ne? Warum nicht? Warum nicht? Mäck, mack, mack, mack Ich mag die Musik So Ey, vielleicht werde ich am Ende des Levels wieder ausgelassen Puh Ha, 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 natürlich nicht Ey, dafür ist das Spiel zu böse Das Spiel ist echt böse Also wirklich Okay, ohne Hammer, Brüder, finde ich es echt noch besser Sehr komfortabel Okay, ja, cool Ich wollte den eigenen Block eigentlich auch noch haben Oh, scheiß Alle töten So Pumms Pumms, habe ich gesagt Pumms, Pumms Ja, okay Oh, hey Da habe ich richtig schweigen gehabt Da habe ich richtig schweigen gehabt Ja Ja Warum ist der direkt nach unten gekommen, der Arsch Oh, alter, okay Der Level ist hart Das ist hart Ja, doch Okay Komm, wir mal in den Welten gepackten Dann schauen wir jetzt auch noch hier die X-Welten Warum ich mir den Pilz nicht? Weil ich wieder zu der Stelle kommen will Alter Das ist da so abgepasst Geht ja gar nicht anders Pum, pum Speed one Oh mein Gott Ich laufe ja echt durch Wie ein junger Gott Wie ein junger Dennis In seinen besten Tagen Ah Ja, ich dachte, der kommt dann vielleicht hoch Das ist nichts für Dennis Okay Ist auch nicht so verkehrt Ja, aber gut Ich habe gedacht Wenn man es schon mal schafft In die Lücke da rein zu kommen Hier für eine Feuerblume Wäre so geil, ne? Okay, Nummer 1 wäre schon mal geschafft Okay, Nummer 2 wäre geschafft Und Nummer 3 wäre auch geschafft Und Hoi Warum kann ich denn immer über die Flaggen drüber springen? Wardo Hey Immerhin, ne? Bild A1 geschafft Uh Party Komm, weiter, weiter, weiter Oh, ein Feuerwerk Feuerwerk Das habe ich verdient Das habe ich sehr verdient Ist immer gut Unter was? Äh, ein Untergrundlevel mit Bullet, Bills und Hammerbrüdern Das kann ja vielversprechend werden Bild Wofür? Für ein Leben Naja Ist eh schneller weg, als ich gucken kann Echt? Okay Ich habe nur Ja, ich kann auf das Leben auch scheißen Weil, äh Das Ich muss hier so schnell sein Mein Meinung nach Okay, gut Das war jetzt erstmal bediegen Bild Kann ich so rein, ja Schon klar Mal kurz mal gucken Ob ich da reinkomme Dann nehme ich, glaube ich, den oberen Weg, oder? Ja, ich nehme den unteren Weiß jetzt nicht, was die klügere Entscheidung Okay, oben Alter, Dennis Hm Boah, das war richtig schlecht Das war ja richtig schlecht Ha 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 Hui Ui Den brauche ich hier gar nicht Zack 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 Viel Jesus Kommt weg Ich hab keine Zeit So, guck mal Da kommen wir auch rein Da kommen wir nicht rein Nehmen wir mal den Lift Hör mal oben Okay, gibt es da hier einen Volden Oh mein Gott! Himmelarsch! Wäre ich richtig gesprungen, hätte ich es geschafft. Ich bin ja schon froh, ne? Im Gegensatz zu der NES-Version, haben die hier wenigstens so was wie einen Rhythmus, ne? Also zumindest einen Wurf-Rhythmus. Der macht immer TAK! 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 Weil bei NES macht es ja so TAK! BRAK! TAK! PAK! Ich hoffe, es war so einigermaßen verständlich mit den lustigen Lauten, die ich hier von mir gehabt habe. Hui! Weg, 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 bitte! Kommt! Verschnieselt euch! Vorne der Nacht! Hui! So, ja, ja, komm! Battle-Nedded! Hui! Nein! Okay! Aaaaah! Habt ihr erst gesehen? Ich hab' gesagt, ihr hattet Rhythmus im Gut! Aaaaah! Ende! Ende, Ende, Ende! Bitte, bitte, bitte! Jawoll, oder? Ja! He! 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 Aaaaah! Gut! Das ging auch kein Art-Level. Wanns wird teilweise jetzt nicht ganz ohne, aber... Solange es funktioniert, bin ich zufrieden. Daddl, daddl, daddl! Und kein Feuerwerk für mich! Okay, Fische, Tintenfische und, äh, Schildkröten. Also Meeresfrüchte. Wip, wap, wump, frutitimare und Wind! Ich springe da aber auch rein, ne? Ich hab's genauer gesehen und hab gedacht, ha, gut. Der stärkere gewinnt. Ich war immer mal inzwischen. Nicht, dass der gleich abkackt, hier. Okay. Ich bin aber gespannt, ob jetzt hier zum Ende der Welt auch immer, äh, ne Burg kommt. Also, weil offensichtlich haben wir das offizielle Spiel jetzt schon geschafft, von der, ich nenn's mal in Anführungsstrichen, Story. Und das hier sind wahrscheinlich wirklich Lost Leveled, also, äh, die die wahrscheinlich nicht mehr ins Spiel geschafft haben, weil die irgendwie zu komisch sind. Und im Hintergrund wunderschöne Goomba-Statuen. Oder Statuetten. Oh mein Gott, gut, dass ich den Sprung nicht durchgezogen hab. Okay, die Schildkröte ist jetzt nicht so schlimm. Hier sollen keine neuen Fische kommen. Ah, eins! Oh, okay. 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 Hat leider nicht so ganz funktioniert. Schade. Ein Schluck Mut antrinken. Ich werde doch gleich auch jetzt mal schön ein bisschen Warriors zocken. Habe ich Böcke drauf? Okay, wir haben hier Burgen, tatsächlich. Bin ich mal gespannt. Und hier so können die Burgen... Also, bisher ist das noch alles einigermaßen... Brauchbar! Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen, dass das so viel Lava ist. Scheiße. Okay, aber ich glaub, da gibt's irgendwo was, was mich da unten genau interessiert hat. Ui! Ja, okay, es ist tatsächlich ein Pilz. Ähm... Ich glaub, den hol ich mir auch, ja. Doch, das ist glaub ich nicht verkehrt. Da ist schön, dass ich meine Mama ist halt... Ist halt klein, ne? Und man nimmt nicht so viel Platz in Anspruch. Oh mein Gott, okay. NEIN! Okay, ich glaub ich scheiße auf den Pilz. Das ist mir doch zu knapp von der Zeit her. Ich kann nicht zu gut gucken. Ja, sag ich ja. Äh, ja, komm, komm. Ja, ist okay, danke. Ja, ja, ja. Da, wer hat das immer gemacht? Wer hat das immer gemacht? Da komme ich hin, da, genau. Okay, da ist ganz viel Labe. Das heißt, ich muss einmal direkt sprungen. Oh mein Gott, ich hätte fast den Feuerball aufgefangen können. Kommt ihr zurück? Nee, okay, gut. Das muss ich jetzt einfach wissen. Es ist so klar, es ist so klar. Es ist so klar. Es geht gar nicht anders. Natürlich muss er genau, dann komme ich nicht.